ja dieser blick ist alltäglich geworden den menschen wirklich auf ihrem smartphone dinge lesen sachen erledigen e-mails verschicken die welt ist klein geworden sie passt heute in die hosentasche aber das macht auch was mit einer gesellschaft und darüber diskutieren wir einmal im jahr während der digitalen woche im september es hat die zweite digitale woche dieses jahr stattgefunden und hier haben uns hauptsächlich um das thema arbeit und landwirtschaft dann gekümmert aber es gab auch eine lehrer fortbildung wir wollen mit den menschen darüber ins gespräch kommen wie man digitalisierung auch human gestalten kann wie man die menschen mitnehmen kann beim thema digitalisierung und dass niemals menschen durch maschinen ersetzt werden denn das motto maschine bleibt maschine mensch bleibt mensch muss der grundsatz sein der uns immer wieder leitet insofern wird es auch eine dritte digitale woche geben im jahr 2020 auf die wir uns schon riesig freuen